Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,9 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe mir den 8 GB Stick gekauft und bin sehr begeistert. Er ist handlich, sieht toll aus und macht auch was her, wenn man ihn auf dem Schreibtisch stehen lässt. Die Verarbeitung ist gut und die Farben wie auf dem Bild. Geliefert wurde er in einem Plastiksäckchen, das hat dem Produkt aber nicht geschadet. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.